Da ist sie, die neue Osttribüne Mernst-Abbessport fällt heute zum ersten Mal im Einsatz beim ersten Saisonheimspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen den Greifswalder FC. Die Gäste mit einem 3 zu 1 gegen Eilenburg, Jena mit einem 0 zu 0 in Chemnitz gestartet. Da soll für die Gastgeber heute natürlich der erste Sieg folgen. Keine Viertelstunde gespielt, Jena über Verkamp und schau, das ist Joel Richter, Tänzchen nach links, nach rechts Abschluss. Knapp links vorbei, das erste Ausrufezeichen, das aber nicht zu Recht Wirkung entfacht, das muss man auch sagen, denn große Torschancen danach eher selten. Schon die 40. Minute, da ist Platz mal für Hoppe auf der linken Seite, Ball in die Mitte, kein Abnehmer auf jener Seite. Gipsen setzt nach, wieder kann den Ball keiner verwerten im Zentrum und dann nochmal Joshua Endres. Mike Egelseder, Greg Strayen, Greifswalder Neuzugang aus Leipzig von Lok, Joshua Endres nach Jena gekommen vom TSV Hauptstadt aus der Regionalliga Bayern. Auch die Gäste dann nochmal vor dem Tor mit Elias Kratzer, aber da fehlt dann doch etwas 0 zu 0 zur Pause, die mit einer nasskalten Überraschung aufwartet für die Jena-Ersatzspieler. Achtung, hier kommt das Wasser auch aus dem Boden, schnell in Sicherheit bringen. Die zweite Hälfte keine fünf Minuten alt, der Greifswalder FC zeigt sich sofort, Flanke in die Mitte und Manasseh Eschel, der hat ja mal sowas von viel Platz, ist da zu überrascht, bekommt den Ball letztlich nicht aufs Tor. Eschel letzte Saison für Chemie Leipzig im Einsatz, acht Treffer in der Saison gemacht, hier bleibt es ihm noch verwehrt. Carl Zeiss Jena, danach mit einigen guten Chancen, hier die erste, da geht es schnell über Endres und in der Mitte Verkamp, aber Riesentat von Jakub Jakubov. Pascal Verkamp bleibt da erstmal einfach auf dem Boden liegen, was für eine Möglichkeit, aber was ist das bitte auch für eine starke Parade, großartiger Reflex von Jakub Jakubov. Nächste Szene, die Ecke direkt im Anschluss, fliegt rein, Jakubov erstmal mit einer Faust, aber Greifswald bekommt den Ball nicht vom eigenen Strafraum weg, so kann Jena nachsetzen. Das ist Hene und wieder Jakubov auf der Linie, fast wie bei einem Elfmeter. Hene aus, naja, vielleicht auf zwölf Metern, aber stark, wie Jakubov hier wieder den Ball rausfischt. Freistoß auf der anderen Seite, der wird getreten von Can Koskun, der kam vom FSV Zwickau und dann Benjamina mit der Führung 1-0, Greifswald. Da hat Jena die riesen Chancen zur Führung und Greifswald macht sie. Stark eingelaufen von Benjamina, der sich gegen Lämmel durchsetzt. Kopfball genau neben den Pfosten gesetzt, auch Kunz ohne Chance. In der Folge weiter die Gastgeber der FCC spielbestimmend. Mittlerweile Jan Dahlke für den Sturm in die Partie gekommen. Da ist er, Jan Dahlke! Da fehlen nur Zentimeter zum Ausgleich. Weiter geht's mit Jena und weiter geht's mit Lämmel und Muyomo. Jonathan Muyomo hat Platz, kann nach innen ziehen, Muyomo, jetzt kommt auch noch Alu-Pech dazu. Der ärgert sich, Jonathan Muyomo, starker Abschluss. Jakubov wäre wohl auch nicht mehr da gewesen. Jena rennt so langsam die Zeit davon, schon die Nachspielzeit, 92. Minute, Freistoß, Hoppe, auch Kunz mit vorne. Aber Hene macht's! Ausgleich 1-1! Moris Hene! Und als wäre er der Spezialist dafür in der letzten Saison, im letzten Heimspiel gegen Hertha 2, den Ausgleich zum 1-1 in der Nachspielzeit gemacht. Jetzt wieder Jakubov auf der Linie. So schnell kann auch er nicht reagieren. Der Ball schlägt ein. Und dann gibt's von Hene noch den ganz speziellen Gruß ins Publikum. Das Herz fürs Töchterchen, das zum ersten Mal mit dabei war. Und sie hatten noch einen. Lukas Lämmel mit der Ecke an den Außenpfosten. Ganz frech hat das da probiert. Es bleibt am Ende aber beim 1-1 für Jena. Dank Last-Minute-Treffer von Moris Hene. Und was hat's mit den Last-Minute-Toren auf sich? Warum immer in der Nachspielzeit? Wie letzte Saison schon gegen Hertha im letzten Heimspiel? Das ist eine gute Frage. Ich hatte ja davor auch schon die Chance. Den muss ich auch machen. Das nehme ich auch auf meine Kappe. Hatte ich schon einen freien Fuß. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich glaube dran. Dann gehe ich auch mit diesem Willen rein, vielleicht das Tor zu schießen. Und wie sagt, dann klappt es halt? Ich bin eigentlich mit der Leistung von der Mannschaft echt zufrieden, weil wir haben uns Chancen kreiert. Machen uns das Leben ein bisschen schwer, weil wir eigentlich in einer absoluten Drangphase dann ein Gegentor fressen. Aber die Moral stimmt. Die Jungs wollten unbedingt zurückkommen. Natürlich, wir haben 1-0 bis zur 87. und 88. Minute geführt. Es ist schade, dass wir noch das Gegentor bekommen haben, weil ich denke, trotzdem haben die Mannschaft super gespielt und es werden auch ganz andere Mannschaften Probleme kriegen, hier in Jena einen Punkt zu holen. Hier einen Punkt mitzunehmen und sehr, sehr lange geführt, ist das schon eine gute Leistung. Auch aufgrund des, dass hier das erste Spiel im neuen Stadion quasi unter Anführungszeichen ist, vor dem DFB-Pokal-Spiel von Jena, können wir dann schon zufrieden sein. Am Ende sind sie alle nicht wirklich unzufrieden und Jakub Jakubow spricht es an. Jena hat den DFB-Pokal vor der Brust. Die Devise, einmal genießen das Spiel am nächsten Samstag gegen Hertha BSC.